Hallo, herzlich Willkommen hier in La Clussard, in der neuen G-Klasse Modellpflege. Wir fahren hier einen G 500 Cabrio und wir wollen einfach jetzt mal demonstrieren, 100% hoch und 100% runter, 45 Grad Neigung, Low Range mit allen Sperren außer der Frontsperre. Los geht's! Jetzt fahren wir die 80 Cent. 100% hoch und 100% hoch und 100%. Wie viele Meter hoch sind wir jetzt? Acht Meter über Null. Und die Rippe geht völlig manuell? Die geht absolut manuell, wir haben nur ein hydraulisches Bremssystem, aber das Fahrzeuggewicht drückt uns jetzt runter. Wir kommen jetzt auch hier wieder an 100% Gefälle, 45 Grad. Wir haben keinerlei Assistenzsysteme, wir haben Low Range erster Gang, das ein bisschen bremst und die Fußbremse. Wenn jetzt die Frage aufkommt, was passiert, wenn ich den kompletten Grip verliere, dann sage ich, kein Problem, ich fahre G-Klasse und fahre einfach wieder den ganzen Berg hoch. Die 100% Oh my god! Ja. Ja.